so ich hoffe jetzt kriegen wir endlich mal den Hirsch zu gehen also gehen Appetit zu Gesicht jetzt helfen sich die Spuren noch und bekommen wieder glaube ich zurück scheint zu zweit zu sein ich bin gerade ganz schön am rumgucken wo die denn sind scheine irgendwo in der Nähe zu sein so genau kann ich selber noch nicht sagen aber okay haben wir wieder eine Spur ja ist ganz schön ausdauernd muss ich mal dazu sagen ich finde auch noch Spuren vom weiblichen mit dem unterwegs ist passt auf und dann ist es gar nicht haben wir das weibliche aufgespürt aber dafür um ist der hat sich der der entfernt er hat sich ein bisschen Zeitung auch kein Schweiß mehr gefunden aber sonst würde er liegt ja sind wir auch Spur mit dieser richtig erkannt habe wieder nur von dem weiblichen nein wir nehmen die an jetzt sind wir wieder im hochsitz ich kriege einen zu viel okay pass auf versuche nochmal den verletzten anzusprechen äh anzulocken wenn ich und zu sprechen ich denke mal ich werde das dann auch gleich abbrechen weil kannst ja kein erzähl dass wir nur drei parts mit nachsuchen gebracht haben und halt unterm strich dann doch nix zustande gebracht also wenn ich jetzt nicht gleich schweiß finde dann berechtigt das ganze doch ab und es sieht ehrlich nicht danach aus es ärgert mich ein bisschen ehrlich wirklich aber gut da ist er das oder ist das weibliche stück da ist er du kleine sau jetzt kein fehler ich hoffe zumindest das ist schießen auf jeden fall konnten jetzt nicht richtig ansprechen liebe freunde und ob es unser verschlüssel ich habe nur den kopf gesehen ok der puls geht wieder höher ich werde mal gucken auch hinten auf das geweiht dann hat er keine chance du siehst es nicht ich stelle so tief drin versuch mal am hoch lässt sich in einem berg ok nochmal absetzen nochmal anlegen jetzt halt die luft an fuck you alter halt die luft an lol keine munition mehr scheiße aber ah fuck mist verdammt ach entschuldigung das muss jetzt mal aus wir haben den nächsten angeflickt haben ich raste oh komm mindestens einmal um getroffen sein links ist ich ruhig 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 nichts wie mit scheiben kleister ist auch schnell durch man und jetzt jetzt geht es darum auf jeden fall eine spur zu finden da da liegt glaube ich da oder ja ja wo ist da ich habe mich vorbeigeschossen ok jetzt gucken ob das ist auch wir haben wir gleich sind aber falsch drin steckt aber gut ok ich krieg hier noch eine macke mein lieber mann so kann man hier gucken dass da noch soweit gekommen ist man ich glaube auch bald es da nicht ist oh sieht auch so ähnlich aus zumindest wenn man damit die tätung bestätigt nein er ist ein anderer scheiße nicht der aber ein großer um um ja ja gut so ich würde sagen liebe Freunde es war genug für heute mit jagen hast du nicht gesehen ich verabschiede mich von euch bedanke mich natürlich dass er wieder eingeschaltet hat bei let's play the hunter 2013 lieber pity jagd und ich hoffe er schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt let's play the hunter 2013 ich verabschiede mich und bedanke mich natürlich nochmal für auch aufmerksamkeit ich sag tschüss und dann bis zur nächsten jagd euch noch ein kräftiges waldmanns heil tschau 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 tschau